Ich habe schon öfter versucht, Spekulatius selbst herzustellen. Die Rezepte, die ich ausprobiert hatte, wollten immer besser als die gekauften sein. Waren sie nicht. Nun mag ich die gekauften aber auch besonders gerne, weil sie wirklich knusprig, dünn und würzig karamellig sind. So waren die Rezepte nie. Deswegen habe ich dieses Jahr nochmal recherchiert und herausgefunden, was Spekulatius eigentlich von normalen Ausstechplätzchen unterscheidet. Das sind natürlich zum einen die Gewürze, zum anderen ist es aber der Zuckeranteil. Bei normalen Plätzchen hat man immer weniger Zucker als Butter. Bei Spekulatius ist es umgekehrt. Mit dieser Info konnte ich dann endlich ein richtiges Rezept finden. Das Ergebnis war dann auch so, wie ich Spekulatius kenne, nämlich sehr fest und knusprig, dazu ein karamelliger Geschmack vom braunen Zucker und natürlich viele Weine-Gewürze. Für die richtige Form und das Muster gibt es traditionelle Holzmodeln, die aber schwer zu bekommen sind und auch eher umständlich in der Anwendung. Daher habe ich mich für eine Plastikrolle von Westmark entschieden. Damit entstehen die klassischen Motive, aber natürlich spricht nichts dagegen, die Plätzchen einfach normal auszustechen. Das Rezept findet ihr wie immer auf meinem Blog OfenKieker genau beschrieben. Dort gibt es auch viele weitere Plätzchenrezepte für Weihnachten, also schaut doch mal vorbei. Die Links findet ihr unter dem Video in der Infobox. Für die Spekulatius brauche ich 320 Gramm braunen Zucker, etwas Vanille und eine Prise Salz. Am besten nehmt ihr einen guten Rohrohrzucker, dieser bringt einen besonders intensiven Geschmack mit. Außerdem benötige ich 480 Gramm Mehl, 160 Gramm Butter, etwas Milch, ein Ei, ein Päckchen Spekulatius-Gewürz und ein paar Tropfen Bittermandelöl. Zum Ausstechen der Spekulatius verwende ich diese Rolle von Westmark. Darauf sind die Motive so angeordnet, dass sie lückenlos aneinander passen. Ihr könnt aber auch einfach normale Plätzchenausstecher oder auch diese Keksstempel verwenden, dem Geschmack tut das keinen Abbruch. Ich gebe alle trockenen Zutaten in die Schüssel, also Mehl, Zucker, Vanille, Salz und die Gewürze. Dann vermische ich alles gründlich. Anschließend füge ich die kalte Butter hinzu. Damit sie sich später besser im Teig verteilt, schneide ich sie in möglichst kleine Stücke. Zum Schluss kommt das Ei und ein paar Tropfen Bittermandelöl dazu. Dann verrühre ich alles mit dem Handmixer auf niedrigster Stufe. Dabei entsteht nach und nach eine sandige Masse. Wichtig ist, nicht auf zu hoher Stufe zu rühren, sonst staubt es natürlich. Außerdem müssen die Butterstücke wirklich klein sein, damit der Mixer das schafft. Mir gefällt diese Methode, da der Teig dadurch schön kalt bleibt und so knuspriger wird. Zum Schluss gebe ich die Krümel auf die Arbeitsfläche und knete sie kurz mit den Händen zu einem glatten Teig. Damit er zusammenhält, füge ich etwas Milch hinzu, so zwei, drei Esslöffel etwa. Wichtig ist, dass der Teig nicht zu lange geknetet wird. Er soll eben nur so zusammenhalten. Wird er zu lange geknetet, wird der Teig brandig. Das lässt sich kaum noch verarbeiten und die Kekse sind später auch zu hart. Anschließend muss der Teig für mindestens drei Stunden im Kühlschrank ruhen. Man kann ihn auch gut über Nacht kühlen. Ich rolle den Teig auf der bemehlten Arbeitsfläche drei Millimeter dünn aus. Dazu nutze ich so ein Nudelholz mit Abstandshaltern. Spekulations müssen schön dünn sein, damit sie knusprig und nicht steinhart sind. Außerdem ist es für die Funktionen der Walze wichtig, dass der Teig gleichmäßig, passend dünn ausgerollt wird. Dann rolle ich mit der Walze über die Teigplatte. Dadurch werden die Spekulatius gleichzeitig ausgestochen und geprägt. Wichtig ist, gleichmäßig und mit recht viel Druck darüber zu rollen. Später habe ich festgestellt, dass es einfacher ist, nur mit der Walze ohne den roten Griff zu arbeiten. Tummerweise habe ich das aber nicht aufgenommen, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Die einzelnen Spekulatius trenne ich nun voneinander. Das geht ziemlich einfach. Ich sehe mich schon bei einem dieser endlosen Pausen beim Familiencafé, die gebackenen Plätzchen wieder zu einem Streifen zusammenzupuzzeln. Naja, also zurück zum Rezept. Die Spekulatius backe ich nun bei 180 Grad Ober-Unterhitze für ca. 8-10 Minuten. Sie sind direkt aus dem Ofen noch etwas weich, werden dann beim Abkühlen aber schnell knusprig fest. Wenn ihr die Spekulatius länger aufbewahren wollt, müsst ihr sie in einer gut luftdicht schließenden Dose aufbewahren, damit sie eben knusprig bleiben. Ich hoffe, ihr habt nun auch mal Lust, Spekulatius selber zu backen. Ich war jedenfalls überrascht, wie einfach das eigentlich ist. Die hübschen Plätzchen machen sich sehr gut auf den Plätzchenteller und irgendwie freue ich mich immer besonders, wenn ich ein so traditionelles Gepäck selbst gemacht habe.